Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, was geschah wirklich mit Gwizek Czyszczang anzunehmen bei Handelsprinz Galiwix in Sultasa an dieser Position, also am Hafen auf dem Schiff. Ich werde gleich hinauslaufen und dann sieht man es genauer. Nun darf man als erstes mit Gatzlobe sprechen. Also auf dem bekannten Schiff ist er auf dem Unterdeck. Dann läuft man vom Schiff runter und hier ist schon Gatzlobe. Was geht? Sprechblase anklicken. Nun heißt es untersucht das Wasserfeld in Tanavis. Die einfachste Möglichkeit wäre, zur Hölle der Zeit zu reisen und von dort aus zum Wasserfeld fliegen. Aber im Patch 8.1.5 werden viele Portale geschlossen bzw. neu aufgestellt. Am einfachsten wäre es jetzt nach Schadrat zu reisen und im unteren Viertel gibt es auch ein NPC, der euch zur Hölle der Zeit bringt. Man braucht aber den Ruf respektvoll. Ich habe den nicht mit diesem Jar. Ich kann versuchen euch das zu zeigen. Schadrat, es war Scherbenwelt. Helder von Tefokar, Schadrat und in einem von diesem Gebäude hier unten ist es, da wo auch der NPC, der angelehnt ist an Paris Hilton, also ich glaube der heißt anders bzw. die NPC heißt anders, aber in diesem Gebäude ist so ein NPC von den Hüttern der Zeit. Und der kann euch da hinbringen. Das wäre jetzt die einfachste Lösung, wenn das mit den Portalen so bleibt. Ich werde es jetzt so machen, dass ich mich nach Okwimar porte und von dort aus nach Uldum, falls es die Portale noch gibt und dann fliege ich zum NPC. Keine Sorge, den Flug werde ich rausschneiden. Hier sieht man den neuen Portalraum in Okwimar, deshalb ist das meiste nicht mehr da, was üblicherweise da war. Und ich schau mal, ob es das Portalen nach Uldum noch gibt. Es war hier irgendwo, genau bei diesem Kreis da. Jawohl, die Portale gibt es noch, Uldum. Alternativ könnte man sich von Atal das Avalor noch nach Silithus porten. Und von Silithus aus dahin fliegen ist aber glaube ich weiter. Man muss nämlich jetzt hier hin. Ich fliege jetzt mal so weiter und wir sehen uns dann wieder kurz bevor ich da bin. Gleich bin ich da. Also ich bin durchgehend geflogen und wie ihr seht links von den Höhlen der Zeit ist das Fragezeichen. Wäre also optimal gewesen, wenn man sich hierhin porten hätte können. Quest ist dann abzugeben bei Feders in Tanavis an dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe mein Video konnte euch ein bisschen helfen. Ciao.